Das war's? Mhm. Das war's. Warte mal, warte mal, warte mal sein Könntchen. Das hast du alles erlebt? Das hab ich alles erlebt. Und du erzählst mir keine Scheiße. Warum soll ich dir Scheiße erzählen? Respekt, Digga. Danke. Sag mal. Was stinkt hier eigentlich die ganze Zeit so komisch? Sag mal, Digga, du hast doch gar keine Papiere mehr, oder? Nee, nee, klar. Raus. Raus, steig aus. Daniel, steig aus. Was soll denn der Quatsch jetzt? Schwing deine Kackstellen aus der Karamaden. Was soll, diese Assoscheide Scheiße jetzt, ich mach hier gar nicht. Verfluch! Na, kör müsse, nesin be? Arabayayı çağırıyorum ikisi attın niye gelmedin? Hadi, ikiniz de in bakayım arabadan, in. O da insin. Aufsch daim. Ne dedin? Insin dedim. Biz ne dedik? Adam Alman. Ne dediniz nereden bezig? Ja, deutsch, deutsch. Iii. O zaman pasaportu, araban kağıtını ver bakayım. Buyurun. Pasaport. Ich hab keine Passen. Kusura bakmayın, pasaportu çalınmış. Sen gel, nun meinem Külahm'i anlatt. Was ist denn das Problem? Halt mal. Neden? Kısa kessin den. Halt mal, oğlum. Halt mal, lan! Pasaportsuz hiçbiri gidemez. Pasaportu gerçekten çalınmış. Ulan sen ne anlatıyorsun, tipine baksana. Terörist misin, zatanist misin ne boksun belli değil. Aç bakayım bagajı. İyi sefes. Açsana! Aç ulan! Kusura içtep up bunları! Ya tamam! Das ist doch unglaublich. Das ist alles unglaublich. Das ist alles aus und vorbei und aus und vorbei. Und das war's für immer. Warum? Weil der Typ, der mich mitnimmt, ausgerechnet eine Leiche im Kofferraum hat. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, eine Leiche im Kofferraum. Ist das ein Hobby von dir, oder was? Ich schnauze. Ich halte aber nicht meine Staub, so ich rede, okay? Du wächst mich auf. Ach so, irgendwas passiert. Dann platzen die gleich die Hosen. Jetzt pass mal auf, du Sack. Bis wir in Istanbul sind, will ich keine 20 Worte mehr von dir hören. Ist das klar? Alles klar, alles klar. Kannst du gleich haben. Arschloch, 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 Arschloch. Arschloch, Arschloch.